Musik Hallo, ich heiße Lea. Ich gehe in die 9. Klasse auf die Herderschule. Die Herderschule ist ein Gymnasium hier in Lüneburg. Musik Ich wohne in einem kleinen Dorf in der Nähe und fahre jeden Tag mit dem Bus zur Schule in die Stadt. Zur Zeit haben wir aber Ferien. Heute bin ich in der Stadt, um ins Kino zu gehen. Ich gehe sehr gerne ins Kino. Ins Kino gehen ist eines meiner Hobbys. Meine beiden anderen Hobbys sind übrigens Volleyball und Theaterspielen. Hier sind wir vor dem Scala. Das ist mein Lieblingskino. Am Kino gefällt mir vor allem, dass man die Filme auf einer großen Leinwand sehen kann. Das ist viel schöner als auf einem kleinen Fernseher. Das Scala ist im letzten Jahr zu Deutschlands Best im Kino gewählt worden. Mir gefällt es sehr gut, weil es hier viele schöne Filme gibt und vor allem, weil es hier sehr gemütlich ist. Meistens schaue ich mir deutsche Filme an. Am liebsten mag ich Komödien. Mein Lieblingsschauspieler ist übrigens Til Schweiger. Kennt ihr den? Heute, am Dienstag, ist Kinotag. Da kostet ein Film nur 5,50 Euro. An anderen Tagen ist der Eintritt höher. Ich kaufe mir jetzt erst einmal eine Karte. Hallo. Hallo. Eine Karte für Saal 2, bitte. Wo möchtest du denn gerne sitzen? Bitte schön. Der Film fängt erst in 15 Minuten an. Du kannst dich aber gerne schon in den Saal reinsetzen. Okay, ich hätte noch gerne eine Tüte Popcorn und ein Appelsaft. Ja. Bitte schön. Dankeschön. Die Atmosphäre in deinem Kino ist toll. Ich liebe es, mich in den Sessel zu flitzen, Popcorn zu mümmeln und dann in den Film zu genießen. Und der Film fängt gleich an. Jetzt musst du ruhig gehen. Tschüss. das ist, ich liebe es, die √.